Hey meine lieben Gummis, 14. Juli in Oldenburg. Ich hoffe ihr seid alle da, es wird das heftigste Fest ever. Die Veranstalterin steht auch gerade hier und auch der Alex sagt schon, dass das richtig, richtig krass wird. Und ich freue mich auf euch, wir sehen uns dort und ich hab euch lieb.